Ausgebrannt, 230.000 Euro Rentenleistung. Guten Tag, mein Name ist Frank Weiß, ich bin Rentenberater bei Rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Unser Mandant war langjährig als Geschäftsführer einer großen NGO tätig. Seelische körperliche Erkrankungen nach 20 Jahren Verantwortung und hoher Arbeitsbelastung schränkten ihn zunehmend ein, er war also schlicht ausgebrannt. Er wandte sich hilfesuchend an mich als Spezialisten für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Nach Feststellung des Bedarfs in der Begleitung hat er unser Sorglos-Paket gewählt. Wir haben den Rentenantrag bei der Deutschen Rentenversion gestellt. Es kam zuerst natürlich mal eine Reaktion in Form des Angebotes einer psychosomatischen Reha. Mit unserem Coaching-Programm habe ich ihn erst mal entlastet, dass er nicht so ängstlich und so unsicher in dieser Reha fährt. Während der Reha gab es eine intensive Betreuung durch mich, die ganze Zeit. Trotzdem musste die Reha wegen hochakuter Symptome abgebrochen werden. Damit musste im Reha-Entlassungsbericht festgestellt werden, dass die Leistungsfähigkeit auch für den allgemeinen Arbeitsmarkt aufgehoben ist, nicht nur im letzten Beruf. Wir halfen dann in der Folge nochmal beim konkreten Rentenantrag nach der Reha. Wir würdigten Reha-Entlassungsbericht, hielten ständig Kontakt zum Mandanten, weil er sehr unsicher und ängstlich war, ob denn die Rente nun erlassen wird. Wir nahmen den Schriftverkehr, den kompletten mit der Deutschen Rentenversicherung und konnten nach schon fünf Monaten den Rentenbescheid in den Händen halten. Wir glaubten es erst auch nicht. Wir erzielten nämlich ein tolles Ergebnis. Es gab eine Dauerrente bis zur Regelaltersgrenze. Nun erhält unser Mandant 230.000 Euro gesetzliche Rentenleistung bis zum Übergang in die Regelaltersgrenze. Nun hat er natürlich auch für den Fall der Krankheit vorgesorgt. Mit unserem Rentenbescheid waren auch diese Ansprüche besser durchzusetzen, leichter durchzusetzen. Das waren doch gute Nachrichten. Wenn Sie Fragen zu unserem Sorglos-Paket haben oder zu unserem Coaching-Programm, schreiben Sie mir eine Mail unter Anfrage-at-rentenbescheid24.de oder informieren Sie sich auf unserer Website rentenbescheid24.de Vielen Dank, dass Sie uns folgen, dass Sie sich auf unserer Seite informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Ihr Frank Weise von rentenbescheid24.de und das ist ein Wettbewerbscheid24.de und das ist ein Wettbewerbscheid24.de